Du dachtest ich wiege 70 Kilo? In welchem Universum? In welchem Universum wiege ich 70 Kilo? Sag's mir! Nein, ich wiege doch, ich hab doch gesagt ich wiege 110 Kilo ungefähr. Ah! Oh! Oh! Aua! Ah! Oh! Oh! Oh, ich bin in meine Ferse reingefahren. Oh! Oh! Ich bin in meine Ferse reingefahren, gerade mit dem Stuhl. Oh! Oh! Fuck! Oh! Oh! Oh, fuck! Oh! Oh mein Gott! Ach! Aber was soll ich dazu sagen? Ich bin halt ein Mann und ein Mann hatet alles. Warum so Billig-Energy? Willst du jetzt mal richtig Beef anfangen mit mir? Was denn für Billig-Energy? Da sagt er Billig-Energy zu dem besten Energy, den es auf der Welt gibt. Er sagt Billig-Energy. Trinkt wahrscheinlich dieses Ding von Kick für 20 Cent ohne Pfand. Aber will mir was erzählen von Billig-Energy. Booster beste. Booster kauft alle Booster. Booster. Also ich glaube, es fällt dem Chat auch auf, dass komplett niemand mehr von meinem Chat da ist. Aber da habe ich gerade 20.000 Zuschauer. Ich wollte... Alter, Knossi! Knossi, grüße gehen raus an dich. Jetzt kann ich endlich das machen, was ich immer machen wollte. Knossi, du alte Scholle. Große Dankeschön hier draußen an dich, Mann. Vielen Dank für diesen... für diesen... kleinen, aber feinen Host deinerseits. Robi-Bubble, Dankeschön für die 10 Euro. Und ja, Mann. Ich liebe es. Das ist sogar voll. Das ist ein Sparschwein. Guck mal, das ist voll. Guck mal, guck mal. Es ist so voll, dass ich gar nicht mehr richtig wackeln kann. Hört ihr das? Es ist fast voll. Es ist einfach fast voll. Schon wieder? Jeder hat diese Anime-Profile. What the fuck? Ah! Nee, ich muss aufs Klo. Ich hasse das. Ich hasse das, wenn ich auf kleine Teile trete. Hast du die Hände gewaschen? Nein, ich hab mir an mein Arschloch gefasst und bin dann wieder rausgegangen, weil ich das am Hygienigsten finde. Was? Ich hab's gerade nicht gesehen. Ich hab's gerade nicht gesehen. Helft mir doch mal. Ich will endlich richtig boxen können. Also ich weiß, ein bisschen runtergehen und so. Und seitlich, damit man nicht viel Angrifffläche hat. Das ist so. Also, am Anfang hab ich immer so gemacht. Und jetzt ein bisschen seitlich, ein bisschen in die Knie gehen, damit man eine gute Haltung hat. Ich will das richtig können. Ich will einfach so. Breitbeinig. Was ist denn das? Was ist denn das für eine Nachricht? Stream zu, weil er einfach ein mega Ehrenmann ist. Er ist so unterhaltsam. Mega nice. Es wird nie langweilig. Das ist so einer, der mir die ganze Zeit hinterherläuft, ohne zu sagen, was ist. Danke schön, Mann. Vielen Dank. Fuck, Alter. Ich bin am Arsch. Junge, was ist denn... Was ist denn da? Was hast du denn gemacht? Hä? Look at this beautiful money. Geil! Pax! Geil, Mann! Demisutra, danke schön. Vielen Dank für die Unterstützung. Ich muss gerade... Fuck, Mann. Es ist 2 Uhr morgens. Wo kriegst du denn einen normalen Menschen her? Hey, Kilian. Ich bin eine vertrauenswürdige Person. Ja, Digga. Du hast 2 Euro gespendet. Ich gebe dir sofort meine Kontozugangsdaten. Also, du kannst ja gar nicht unvertrauenswürdig sein. Hahaha. Ich begrüße ihn raus. Trotzdem raus an Yannick und Marc. Yannick und Marc. Dankeschön. Vielen Dank für die Unterstützung. Oh nein. Hört auf, alles zu schreiben. Ich kann jetzt nicht... Oh nein. Ich kann nicht... Oh. Wenn du einen Mod brauchst, ich bin bereit. Oh, Commander Flausen. Eigentlich vertraue ich dir schon. Aber Dings wird übelst ausrasten. Schoko... Schoko Rosette. Dankeschön für den Zap. Aber ich kann doch jetzt nicht einfach... Oh nein. Dings wird mich umbringen, wenn ihr seht, was hier abgeht. Dings wird mich umbringen, wenn ihr seht, was hier abgeht. Dings. Dings. Ich rede von Dings. Ihr wisst alle, wen ich meine. Keiner von euch weiß, wen ich meine. Oh, äh... Schin... Schin... XXRN. Dankeschön nochmal. Vielen Dank nochmal für die 300 Bits. Wie gesagt, wenn ihr Bits habt, wenn ihr Bits in euren... Wenn ihr Bits in euren Steam-Inventory habt, die ihr nicht braucht und die ihr auch nicht verkaufen wollt, dann könnt ihr gerne Ausrufezeichen Trade eingeben und sie mir geben, weil damit kann ich Steam leveln und für viele hat das keinen Wert, aber für mich hat das einen Wert. Mr. Hinky. Dankeschön für den zweiten Monat. Vielen Dank für die Unterstützung. Ich krieg gleich einen Herzinfarkt. Verarscht. Und jetzt wirklich. Mach Doppelpiece auf Ehre für meine Brattanz. Marcelo Bordello. Grüße geht raus an die Brattanz von Marcelo Bordello. Doppelpiece. Genau. Wenn ihr auch nicht wisst, wie ihr in meine Steam-Gruppe könnt, wenn ihr keinen Bock habt... Das würde schon mal... Kennst mich eh nicht mehr, aber CF war geil, Kappa. Krypto, danke schon für die zwei Euro, aber Crossfire, die Zeit, darüber möchte ich nicht mehr sprechen. Das ist eine Zeit, über die ich nicht mehr sprechen möchte. Everyday, every night. Butzer ist doch die ganze Zeit im Chat. Ist Butzer im Chat? Butzer, bist du da? Hä, ist Butzer da? Butzer ist ja da. Ist Butzer da? Butzer ist da. Ja, mein Junge. Marcelo, Bruder, Bruder. Bitch, I don't like you, what you talk about a bitch, what you think about a motherfucking bitch, bitch, you look like a motherfucking bitch, and when I talk about bitches, I don't like it.